Wenn Kubacki kommt Nick und Anni spielen hinter der Scheune. Großmutter ist eingeschlafen. Da streckt ein merkwürdiges Pferd seinen Hals über den Zaun. Es gehört dem Trödler Sepp und heißt Kubacki. Hey Kinder, fragt er, kommt ihr mit? Ich kann euch die ganze Welt zeigen. Wo ist sie denn, die ganze Welt? Ja, gleich um die Ecke. Und schon folgen sie Kubacki. Hallo Sepp, hier sind zwei, die wollen sich die ganze Welt ansehen. Dürfen sie reinkommen? Aber natürlich, kommt nur und seht euch alles gut an. Gute Reise und verirrt euch nicht. Und dann geht's los. Allerhand Trödlerkram liegt da herum. Alte Geräte, tausenderlei Zeug. Immer aufregendere Sachen. Was für ein Lärm und Geschrei hier in Belkanzonien. Zwei Frauen schwätzen so, dass ihnen die Arbeit unter der Hand davonläuft. Sie hören auch überhaupt nicht, wie der kleine Sänger schreit, weil jemand dich ganz fürchterlich erschreckt hat. Nur mühsam kommen die Kinder durch den dichten Verkehr. In Baklavanien ist es gemütlicher. Hier sitzen oder stehen die Leute auf der Straße und spielen alle möglichen Spiele. Nick und Anni werden sofort dazu eingeladen. Und wie gern spielen sie mit. Kubacki natürlich auch. Er ist ein primer Schachspieler. Dann kommen sie ins Land der großen Ströme und der langen Brücken. Hier kann man baden, ins Wasser springen, rudern, tauchen, planschen und wer weiß was sonst noch alles. Zum Beispiel auch Roller fahren oder im Schatten liegen oder Schafe hüten oder im Kameltreiberzelt Kaffee trinken. Zwei Kamele tragen eine Sänfte. Darin sitzen vier Haremsdamen des Sultans. Ihre Gesichter sind verschleiert. Man sieht nur ihre Augen. Aber man hört sie schwatzen und lachen. Nach einer langen Wanderung durch die Wüste sind Nick und Anni ins Reich des Savannenkönigs gekommen. Sie sind ein bisschen ängstlich. Aber es ist Mittag und sehr heiß. Da schlafen alle in ihren Hütten. Ganz leise schleichen sie vorbei. Schlafen wirklich alle? Hat das Krokodil geblinzelt? In Abu Sabah baut man hohe Türme aus roten Ziegelsteinen. Die Kinder hier zeichnen mit Kreide schöne Muster auf den gebrannten Ton. Anni und Nick sollen es auch gleich einmal versuchen. Anni verziert die Dachterrassen mit kleinen Steinchen und Nick baut die schönsten Häuser. Und was tut Kubacki derweil? Er sammelt alle Kinder ein und lässt sie abwechselnd auf seinem langen Rücken um die ganze Stadt reiten. In der alten Stadt Planigrad ist der größte Jahrmarktsplatz der Welt. Und eben wird wieder ein großes Fest gefeiert. Überall kann man Karussell fahren, Buden besuchen und Schleckereien kaufen. Hier wohnt die Babuschka mit ihren Kindern, der Bär mit der Kanone und Petruschka, der so schön singt, dass den Leuten vor Glück die Tränen kommen. Hoppna! Jetzt werden sie beinahe umgekippt. Aber sie sind nur ein Brett hinuntergerutscht und schon in Rutschistan. Hier gibt's die längsten Rutschbahnen der Welt. Die Rutschpetan tragen gepolsterte Hosen, die sie einwichsen, damit es besser rutscht. Auch ihre Köpfe sind gut gepolstert und die Türen werden oben breiter, damit niemand anstößt. In Maharatschien findet eben eine Elefantenprozession statt. Alle Tiere sind bunt geschmückt, bemalt und mit farbigen Tüchern behangen. Selbst die Ratten machen mit. Nur die Kühe bleiben mitten auf der Straße liegen, denn sie sind viel zu faul. Alle müssen im Bogen um sie herum gehen. Immer höher sind sie gestiegen, bis aufs Dach der Welt. Wenn man hinunter sieht, wird einem ganz schwindelig. Aber hier kann man gut Papierflieger loslassen. Sie fliegen so weit, bis man sie nicht mehr sehen kann. Die Kinder im Drachenland haben ein anderes Spiel. Weil es wenig Häuser gibt und viel Wind, kann man wunderbare Drachen steigen lassen. Es gibt ganz einfache und ganz komplizierte. Und man braucht eine lange Schnur, damit sie hochsteigen können. Oder Wind am stärksten weht. Da kommen sie in eine Stadt in der Wüste. Nick kann gleich bei einem Fassrennen mitmachen. Anni spielt inzwischen den Sheriff. Und Kopacki muss auf langen Stelzen gehen, dass er alle anderen Pferde überragt. Die Bogen auf dem Platz spielen Fernseh-Wildwest. Das ist lustig. Wollen wir es auch einmal probieren? Knallen muss es und knattern soll es in Hexing-Kackte-Petel. Und immer, wenn so ein vergoldeter Popanz in der Luft explodiert, klatschen die Leute und werfen die Hüte in die Luft. Sie tanzen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und die Nachbarn von Mullah Sattelpack kommen zu Besuch und tanzen mit. Hier ist es wieder gemütlicher. Überall Windmühlen, Windräder und Kaffeemühlen. Till Eulenspiegel erzählt lustige Geschichten. Die Leute gehen in großen Holzschuhen. Die kleinen Kinder können darin auf den Kanälenboot fahren. Auf einmal kommt ihnen die Gegend bekannt vor. Und plötzlich stehen sie vor ihrer Großmutter, die eben aufgewacht ist. Kinder, ich glaube, ich bin eingeschlafen und habe etwas ganz Komisches geträumt. Ein merkwürdiges Pferd ist gekommen und hat euch eingeladen auf ihm, um die ganze Welt zu reiten. Habe ich jetzt nur geträumt oder ist das wirklich passiert? Dumme Frage, tönst er plötzlich vom Bach her. Der Enterich kommt angewatschelt. Wenn Kubacki kommt, träumt man nicht. Alles haben wir wirklich erlebt. Die Kinder sind erstaunt. Was weißt denn du von unserer Reise, Enterich? Du willst dich wohl nur wichtig machen. Alles weiß ich. Sogar mehr als ihr weiß ich. Und dass dem Häuptling vom Trapperland eine Feder fehlt, seit wir da waren, weiß ich auch. Hier ist sie. Erstaunt betrachten die Kinder das Beutestück. Eine echte Häuptlingsfeder? Wir müssen sehen, ob dem Häuptling wirklich eine Feder fehlt. Wir müssen die Reise bald wiederholen, meint Nick. Oh ja, sagt Anni. Und wann? Bald. Wenn Kubacki kommt. Ich bin mir wolf, wie ihm prophecy aufsีkt. Wenn Slobinesfeder gibt, wissen wir es bald darüber, mehr als nächsterne. Es ist das Ger identify jokes, aber ich würde dich alsomaklert vorstellen. Hier ist sie eine grillechlange. Ich wünsche dir jetzt äußerte brother parle' Und ich wäre gerne oder nicht anders. Ich darf einfach, wo ich romanticischtε desta Parcerolle без Peach Untertitelung des ZDF, 2020